Herzlich willkommen, hier ist euer Möpsel Flo zu einer neuen Folge bei der Mimik Europa. Und ja, die Mimik Europa hat sich jetzt nicht ins Positive entwickelt, eher ins Negative. Bei mir kann es sein wegen der Befeuchtung, aber ich befeuchte sie regelmäßig. Ähm, auch die Arena, da sie feucht gehalten werden müssen. Bei mir geht der Bestand, sag ich mal, sehr runter. Ähm, die Kolonie schätze ich mal auf eine Königin bis 50 Arbeiter Minus. Und ja, wenn ihr Ideen habt, was ich machen könnte oder sonstiges, schreibt sie in die Kommentare und damit. Ciao, Leute!